Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Wir stehen hier gerade auf dem Trainingsplatz. Im Hintergrund finden noch mal ein paar Läufe statt. Wie ist denn so der Eindruck der vergangenen Tage? Jetzt ein paar Trainingstage gab es ja schon in der neuen Vorbereitung auch mit dem Team. Ja, grundsätzlich gut, aber wir haben natürlich die Problematik. Das hatten wir auch schon mal gesagt, dass wir schon vor dem Pokalspiel viele Spieler hatten, die sich mit einem grippalen Virus hatten. Das hat sich von uns über Wochen hinweg hineingetragen, sodass den Überbrückungsplan viele gar nicht so erfüllen konnten. Wir haben auch jetzt wieder zwei Spieler, die wir rausnehmen mussten mit einem grippalen Infekt und so müssen wir leider ab und zu mal noch einen Lauf machen, was wir eher in der Vorvorbereitungszeit drin hatten. Jetzt so am Sonntag geht es dann ins Trainingslager nach Wesendorf für eine Woche. Worauf wird es da vor allem ankommen? Es ist ja meistens so eine Mischung eben aus den intensiven Einheiten und natürlich auch dem Teambuilding, dass die neuen Spieler sich dann auch wirklich ins Team einfinden. Jetzt hast du meine Antwort schon komplett vorweggenommen, weil du alles in die Frage reingepackt hast. Das ist in der Tat so. Es ist ein Mix. Zunächst mal ist es gut, dass wir mehrere Tage zusammenkommen, weil es auch für uns, für den Trainerstab, für die Spieler die Möglichkeit gibt, dass wir viele Gespräche untereinander führen, auch Einzelgespräche, auch in der Gruppe, dass wir da auch verschiedene Themen arbeiten, wie wir Fußball spielen wollen in der Gruppe, dass wir natürlich die Zeit auf dem Trainingsplatz nutzen möchten, wo wir intensiv in unserer Art, wie wir in der kleinen Gruppe, wie wir die Situation ausspielen wollen, dann zur größeren Gruppe werden und wir natürlich auch zwei Vorbereitungsspiele drin haben, wo wir nutzen wollen. Und dann überbegrifflich auch den Bereich Teambuilding, wo wir verschiedene Sachen mit der Mannschaft organisieren. Du hast gerade angesprochen, jetzt einige Spieler wegen eines kreppalen Effektes nicht dabei. Ja, in den vergangenen Tagen gab es dann aber auch eben die Meldung, dass zum Beispiel Baris Atik jetzt sich verletzt hatte. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie sieht es da personell aus? Ja, wir haben jetzt schon momentan fünf, sechs Spieler, die uns ausgefallen sind, davon Baris mit einer Bänderzerrung. Jetzt Dominik Reimann, der wird sieben bis zehn Tage ausfallen. Dominik Reimann, da haben wir beglückt im Finger, das wird recht schnell gut. Bei den Infekten hoffen wir, dass wir bis Ende der Woche wieder die vier Spiele mit reinbekommen. Bei Luca Schule ist es leider so, dass der eine Verletzung im Psythysmoseband hat und der muss operiert werden. Genauso wie Flo K., der ist leider weggefallen. Das wird halt dazu führen, dass wir uns überlegen, ob wir auf den beiden Positionen, also auf der rechten Außenbahn und vorne, ob wir da auch noch was unternehmen sollen. Das ist quasi dem geschuldet, obwohl ja du auch gesagt hattest, wie ihr ja gesagt hattet, dass die Personalplanungen ja recht weit fortgeschritten sind, dass man eben aufgrund von Verletzungen immer wieder davor ist, dass man leider nie gewappnet hätte. Nein, wir sind und waren auch mit unserem Kater sehr zufrieden. Aber jetzt sind wir alleine auf der zentralen Stürmerposition mit Kai Brünger und mit Luca Schule, zwei Spieler, die mehrere Monate ausfallen. Bei Baris Atik hoffen wir, wie gesagt, dass es etwas schneller reingeht. Also da haben wir schon Überlegungen und rechts hin ist mit Flo K. ähnlich. Letzte Frage nochmal. Wir sehen auch gerade wunderbares Wetter auf der einen Seite, jetzt fürs Wochenende dann aber auch Temperaturen von mehr als 30 Grad angesagt. So aus deiner Erfahrung heraus, wie kann man das am besten steuern, dass es dann ja für die Mannschaft einigermaßen passt, weil die Temperaturen ja schon enorm sind in diesen Tagen? Aus meiner Erfahrung heraus ist es, dass für den Trainer ein tolles Wetter ist, weil normalerweise stehe ich im kalten Regen. Nein, wir dosieren schon, wir haben auch viele Trinkpausen drin und wir schauen auch nach den Zeiten, wann wir mit dem Team trainieren. Heute finde ich sogar geht es noch, aber die nächsten Tage wird es deutlich wärmer, da werden wir auch drauf reagieren. Klar Trainer, dann erstmal vielen Dank und natürlich weiterhin eine gute Vorbereitung mit möglichst wenigen Verletzungen. Dankeschön euch auch, eine gute Woche.